also das treppenhaus ist ein bisschen also ich würde dann einfach hier die löcher von dach schon drin sind reinhüpfen von oben runter aber wenn dann nicht jeder in eins sondern zusammen sonst das problem ist ich habe keine feile mehr ich habe noch zehn keine machen ich habe federn habe ich noch 15 ich habe kein gras und keine steine 14 holz habe ich elf steine 15 federn ok wir brauchen auf jeden fall steine klären oder steiner klären oder man soll auch einen zweiten aufgang machen also das kann man uns einen aufgang lassen es doch einfach proxy willst du steine ja und mucki und ich klären wenn ihr nebendran steht und klärt dann holt die steine ja du kannst ja nicht nur die hütte hier oben abholzen zuerst wollt wollt ihr beiden kieren dann holt die steine natürlich auch hier oben die steine abklopfen bei jedem block so 20 oder so dauert nur länger mach du mal hier oben vielleicht dann gehen wir zusammen runter ja dann lass uns erst mal klären wir sind halt mehrere appartements hier drunter ja also mit klären meint ihr jetzt die wohnungen oder was ja ja da mache ich auch mit müssen halt mindestens erst mal ich bräuchte noch mindestens nächsten level zum perken schon mal hier eins zu machen müssen wir sowieso wir müssen uns ja auch hier hochstecken ich wollte ich brauche das sowieso für meine aufgabe ja ich bräuchten steine meine achse reparieren einstein achtung ich lass fallen mucki ok da mein kämpfer jetzt auch gerade noch ja warte ich bin nach 25 trinken ich trinke kurz was dann so wollen wir sind geladen ich bin ready ich brauche in den dampf ok hier schon mal keine erster stockwerk klären absichern und dann war das denn das war nebenan glaube ich irgendwas ok zimmer ist ja auch da sind einfach nur im treppenhaus dann proxy kannst du auch die küche looten da sind vielleicht noch essen und trinken saften drin ok getränke laufen oben aber essen haben ich habe einen splint gefunden falls du noch einen brauchst ich brauche im moment keinen zimmer service ist da ist keine schlappe ist der zimmer service das ist der flur gut ich glaube die sind wirklich nur im flur die kommen nur von unten sie sind ziemlich aus allen stockwerken erhalte mich nicht ich habe sowieso recht eh boah ich wollte gerade drauf schlagen hier war auf jeden fall mal was drin jetzt anscheinend nicht mehr das war's oder das war's oder hier ist hier ist eins wir müssen irgendwie was sagen ja hier ist noch was drin ja jetzt kommt glaube ich rechts durch die Diener ne ja keine Ahnung was ist hier das muss hier ja hinter sein oder eigentlich ja oder unter oder über uns kann auch nur ja unter uns sein hallo hallo Skara hoops tschuldigung leer boah ist ja richtig schön alles drin ja das ist unter uns schlagen die schon hoch oder was ja ja die schlagen schon hoch ähm Hier ist ein Splint Und ein Bloodback Ja, Splint hatte ich auch Einen gesammelt Okay Warte Komm mal her Warte Leer, okay Oberes Bücherring Kugelschleich rein Guck mal jetzt rein Ich bin gerade am Lupen Was hast du? Oh ja Ich habe eine gefunden Darfst du benutzen Achso, dann gib die Proxy Proxy Obere Bücher Oh, nett Schön, danke Wie viel Essen habt ihr? Aktuell Ich bin bei 25 Ich bin bei 38 Und habe nur noch Snowberries Okay, ich habe 33 Ich habe ein Peace dabei Wenn du willst, Aldo Peace 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 Nämlich Cool Trunk Oberes Fach Okay Oh ja Was zu essen im Magen Jetzt bin ich auf 32 Okay Wir haben noch ein Apartment in dem Geschoss Ich wollte gerade sagen Wenigstens erstmal die Apartment Das ist das linke noch Ja Ah ne, es sind sogar noch zwei Apartments Aber ich glaube wirklich Dass die nicht großartig in den Apartment zocken Oder so Sondern dass die wirklich nur von draußen reinkommen Die haben sie schon rausbefördert glaube ich Die gehört sich aber ziemlich dicht an hier Ne, das kann aber ja unter uns sein Das habe ich eben auch gedacht Okay Also das Wir müssen auf jeden Fall runter für Rohstoffe Da wird uns nichts Ja Das auf jeden Fall Anderes übrig bleiben Ich gucke jetzt gerade nur wegen Essen trinken Falls wir hoch müssen Damit Ich war da wenigstens eine Nacht erstmal wieder Wann bist du was am Magen hier auch Ach der ist freigeschaltet Er ist schon Okay Dann gehen wir ins letzte Apartment oder? Küche hat da Ja Ja Oh Na dann Andere Wohnraum ist frei Schlafzimmer ist frei Schlafzimmer ist frei Ziehen wir noch zwei Sei Three Ich sag nur Ich glaube nicht Das die großartig in den Apartment Der hier ist gestorben Nachdem ich die Tür aufgemacht habe Okay Kaut sich erstrocknen karaktiert Diehst du schön schlecht aus Ähm Dazu sage ich mal nix Wee Ich mach mir einen neuen Charakter. Schau's nur rein. Da haben wir auch ein bisschen was mitgenommen. Theoretisch könnte man auch hier einen so großen Stock einziehen. Dann haben wir auch ein bisschen Geierschutz. Ja, sobald das richtig clear ist das Haus. Ähm, okay. Hier war der nicht offen gekommen, ne? Ne? Ne. Guck, ich steu nochmal kurz. So, das heißt wir haben jetzt einen gecleared. Von? 6 oder 7? Äh, respawn, respawn, respawn. Was? Wo? Da liegt einer in der Ecke. Ähm. Okay. Also Vorsicht. Ja. Geh das Apartment hier nochmal durch. Hier ist frei. Klo frei. Das Apartment ist jetzt Sauber. Ja, Proxy, hier war ich schon. Mach trotzdem die Woodfans wieder rein in die Teile, die wir raus sind. Waren wir hier eigentlich schon? Ich hab noch drei. Äh, das ist das Treppenhaus. Ne, das ist das Treppenhaus. Ach! Wo Proxy und ich gestorben sind. Ja. Ach! Die Leiter? Ja. Mhm. Okay. Die ist aber nicht so. Die Leiter des Todes. Die Leiter des Todes, ja. Okay, was haben wir denn oben? Wir haben oben noch diesen, ähm, Flassing. Da kriegen wir noch ein bisschen Eisen raus. Und wir haben in der Rede ein bisschen Stein. Was ist hier in meinem Haus fehlt? Das ist eigentlich Holz. Das kriegen wir nur in den Wohnungen. Und die Couches, ja. Äh. Hier die, äh, Tische und, äh, Wände. Wer hat Hunger? Ich. Aber ich. Geht mal. Hat jemand noch Leiter? Ähm, ich hab noch eine. Ich kann aber noch welche machen. Ja, setzt du die da anbauen. Wie viel brauchen wir? 3 oder 4? Äh, 4. Hier. Quatscht jetzt schon wieder. Glaub ich, quatscht überall. Mal weh, lass es. So weit? Jetzt fängt es schon wieder mit Pilzen an. Ja, da, absolut. Geh mich mal oben aus, Lern und dann schauen wir mal weiter. Soll etwa. Wir haben vernünftige Schaufeln, das ist auch gut. Müssen wir nur mal runterkommen. Oh, stimmt natürlich, der Land Claim Block geht jetzt hier natürlich nicht bis unten hin. Wenn wir den hier oben setzen, dann müssen wir eher in den Mittelgeschoss sitzen. Ah, ich hab die Head schon wieder falsch gesetzt, verdammt. Aber Land Claim Block ist ja auch zum Beispiel gut dafür, dass der Nashbaum wird, ne? Bin ich mir nicht so sicher. Das Problem ist einfach, dass wir hier auf einem Point of Interest sind. Ich glaube, da ist es wurscht, ob Land Claim Block oder Bad Roll. Okay. Die werden wiederkommen. Let's come back. Und solange wir das Hotel nicht komplett gecleared haben, werden wir sowieso am Dauernd respawnen. Ja, gut. Wir müssen das morgen einmal richtig clearn, ja. Weißt du, wie viele Etagen das sind? Ja, und? Sechs? Sieben? Mindestens. Ist das halt so. Ja.